und weit manns heil davon ist er schon ich habe nämlich gerade schon schnaufen gehört wir waren ein bisschen weiter oder ich war ein bisschen weiter hier auf verfolgung jetzt hast du auf jeden fall noch mal ein treffer einstecken müssen und wir müssen die waffe nachladen ja ihr seht es auf dem hunter made der rote punkt da war so die sichtung die war der letzte punkt wo wir die sichtung hatten und auch etwa das letzte video geendet ist und ja hier geht es nun weiter und jetzt schauen wir mal hoffen wir mal dass das ein bisschen becher gelaufen ist es sieht mir auch wieder nur nach dem körpertreffer aus aber immerhin ist der zweite körpertreffer ist die entfernung war ein bisschen näher und damit auch die chance größer dass er hier jetzt mal ein bisschen gesundheit ein büßt und vielleicht dann doch endlich mal umfeld und wenn nicht dann müssen wir halt noch dritten schuss machen aber hier immerhin 52 bis 68 prozent also die gesundheit ist nur noch etwas über der hälfte und gucke mal hier 14 bis 30 prozent also jetzt geht es rapide bergab obwohl es nur einen körpertreffer war aber hat doch ordentlich schaden beigefügt und da liegt er hahaha da liegt er so mein freund da guckst du jetzt was haben wir denn so 383,6 kilo ja und der erste schuss das war noch fast 100 meter es war einfach zu weit hier haben wir zwar schulterblatt wir sind nicht zur lunge durchgekommen aber das hat doch deutlich mehr schaden hinzugefügt rarität gold es ist also ein goldener und wir sehen auch hier fast 26 score fast 100 css also der hat ein bisschen was auf dem kasten da können wir ruhig dann mal ein bildchen von machen ach so das tier hat keine tier pose schade stimmt das war nur die hirsche die sowas haben macht aber nix dann machen wir halt selber eine tier pose ja ihr wisst in den videos sind nicht die besten nicht die schönsten bilder man hat ja halt auch nicht so viel zeit selbst in streams mache ich oftmals dann nur schnelle bilder so dass man wirklich mal fünf minuten sich zeit nimmt und wirklich jedes herrchen einzeln zurecht frisiert und so weiter das macht man dann doch eher nur wenn man für sich alleine spielt so aber ja also alleine mit dem schuss schon wieder mehr als ein munitions päckchen verdient das ist das was ich sage hier kann man schon wenn man wenn man dann versucht wirklich mit wenig schuss und gut ich habe natürlich zwei schuss verbraucht aber dafür über zehn verdient also man sollte natürlich schon ein bisschen sparsam sein hätte ich jetzt natürlich gleich 15 20 schuss auf den geballert besorgen gefallen wäre dann wäre es ein minusgeschäft geworden also man sollte schon ein bisschen aufpassen dass man nicht ganz so viel ganz so wild schießt wo stinkt dann geht das schon so jetzt gehen wir mal da oben gucken ob wir da irgendwie im bärenfass habe ich kein futter drin was dort kommt also da werden wir jetzt nicht die riesen masse an bären vorfinden aber es kann natürlich sein dass das trotzdem noch irgendwas rum fliegt ja das hier ist irgendwie neu das war mir in den streams die letzten tage auch öfter schon aufgefallen ich weiß nicht irgendwie seit dem vorletzten windows update irgendwie kommt das öfter mal vor als wenn man ein usb zieht und direkt wieder neu steckt aber das tue ich gar nicht ich schwörs euch ich war an keinem usb dran da war ein rehtier nein wollte gerade schießen ja ich habe eine rentier rassel einstecken aber mit der locken wir nur die männlichen an und das hier dürfte ein weibliches sein warte ich freue mich nicht jetzt da da fällts um oh okay die 454 ist doch zu groß für rentier schade das ist sehr sehr schade Also Waffenwahl, doch ein kleines Manko. Ich habe keine passende Waffe für Rentier dabei, weil der 3,57er Revolver, der dürfte für Rentier zu klein sein. Dann hätte ich also ein 44er noch mitnehmen müssen. So irgendwas dazwischen. Das können wir ja auch machen, das ist ja kein Problem. So. Also natürlich disqualifiziert. Das ist nicht wie in Call of the Wild, wo man dann einfach nur ein paar Punkte weniger bekommt. Nein. Falsche Waffe, falsche Munition heißt direkt, das ganze Tier gilt nicht. Die Munition hast du ausgegeben, verdienst aber gar nichts damit. Zählt also auch nicht in die Statistik als erfolgreicher Abschuss. Weil war ja disqualifiziert. So, da würde ich auch mal gerade sagen. Machen wir mal hier zum Zelt oder hier zur Lodge. Ich würde sagen, wir machen mal hier zum Zelt und dann ziehen wir so in die Richtung noch ein bisschen hoch. Und dann holen wir uns halt noch eine Zwischenwaffe mit. Oh mein Gott, ist der nah. So, da würde ich gerade... Äh, zu nah am Zelt. Okay, dann müssen wir nur mit... Mit... Äh, Duc... Bäh, 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 genau. Äh, und ich wollte nur einmal, ist egal, haben wir noch zweimal. So, dann gucken wir mal eurasischer Luchs, ob das was wird. Oh Gott. Ich würde mich jetzt gerne da vorne auf das Steinchen drauflegen. Und, ja. Äh, ich glaube gerne sogar hier auf das große Steinchen. Liegt mal höher, kann mal weiter runtergucken. Zufällig auf dem Hunter-Mate noch, wo der gecallt hatte. Nee. Das ist schade. Da war's Zelt. Zwischen Zelt und wo wir jetzt sind, haben wir gesprüht. Und es müsste irgendwo aus der Richtung dann... Also hier müssen wir schauen... ... ob wir irgendwann irgendwo eine Bewegung... ...feststellen können. ... hier oben den jetzt aufstellen. Nee. Da müsste ich wieder runterkrabbeln. Wäre natürlich, sag ich mal, nochmal eine Nummer sicherer. Mit dem Jackrabbit. Na, das ist nicht 100% gesagt, dass man die damit anlockt. Sie können drauf reagieren, müssen aber nicht. Bei dem Duftlockstoff weiß ich jetzt nicht genau. Könnte natürlich sein, dass er dafür noch zu weit entfernt war. Dass er das noch nicht riecht. Dichtige Wägen... ... würde ich doch gerade gerne... ... bei rasischer Luchs und direkt wieder auf alle Viere. Da sind wir einfach noch mal eine Nummer sicherer. Sofern der jetzt nicht irgendwie nervös ist oder ähnliches... ... sollte er doch darauf reagieren und wir ihn hier irgendwann irgendwo zu Gesicht bekommen. Ach, das wäre schön. Ach, das wäre schön. Das wäre schön, sowas im Video mal drin zu haben, weil eurasischer Luchs, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Tierart, die bei mir noch die wenigsten Abschüsse hat. Die sind nämlich gar nicht so einfach zu schießen. Da vorne ist er ja schon. Die sind nicht so einfach zu schießen. Ähm, ja, sieht man ja, die sind relativ klein. Man sieht sie recht schwer. Es sind nicht ganz so viele davon, auch auf der Map drauf. Also die Population ist relativ gering und, äh, ja. Äh, selber natürlich Jagdtier ist also auch sehr, sehr, ähm, vorsichtig und aufmerksam. Und das macht die Tiere doch sehr schwer zu jagen, aber, haha, wir haben es geschafft. Ist das geil. Ist das geil. So, da werden wir erstmal noch hier eine Spur einsammeln. Zwei Punkte auf dem Hunter-Made. Jetzt hier bitte noch die Glutspur erwischen, bevor wir das Tier einsammeln. Ja, drei Punkte auf dem Hunter-Made. Immer wichtig bei den Tieren, wo ihr noch nicht Level 20 habt. Und, äh, ja, ist jetzt noch nicht so ein riesengroßes Männchen gewesen. Da kann man also deutlich auch über 100 CSS, äh, drüber kommen. Aber natürlich schon geil. Wie gesagt, so ganz so viele bekommt man davon nicht. So, da könnte man ja mal eine andere Waffenpose machen. Wenn wir hier mal gesellig vielleicht machen. Ja. Das sieht doch gar nicht so doof aus. Noch ein bisschen höher die Kamera. Ein bisschen ran. So, da, da, da. So, machen wir das mal. Gut. Ja, mega. Mega, mega, mega. So, wir waren eigentlich hier, weil wir eine andere Waffe noch mitnehmen wollten. Haben wir festgestellt, Rentier rentiert sich so nicht. Da bräuchten wir noch. Ja, ich würde sagen, wir nehmen, wir nehmen mal die 44er für Rentier da noch mit. So, 44er, da ist es schon. Da brauchen wir noch Munition für die 44er. Das ist die hier. Ja. So, zack, zack, haben wir 15 Schuss dabei. Das passt. So, und da hinten haben wir unseren Markierungspunkt. Da wollten wir uns ja, oder da wollte ich mich hinbewegen und euch mitnehmen. Ich sage immer wir. Im Stream auch. Weil irgendwie ist es halt, ich spiele das hier ja nicht für mich, sondern in dem Moment, wo ich Aufnahme oder das Live-Knöpfchen drücke, spiele ich das ja halt. Auch für euch. Und deswegen sage ich da immer wir. Wir, 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 obwohl ich alleine unterwegs bin. Aber, ja, wer schon länger bei mir zuschaut, der kennt das ja. Das mache ich, glaube ich, von Anfang an schon immer so. Also, das war nie anders. Ich dachte gerade kurz, ich hätte da hinten was gesehen, aber nee. Ich glaube doch nicht. Ich glaube doch nicht. So, ein Stückchen weit können wir jetzt noch aufrecht laufen hier. Wir können uns hier mal wieder, ähm... Ja, dann machen wir mal. Hä? War ich da zu nah am Zelt dran? Wir müssen noch mal schnell zurück. Da renne ich jetzt auch gerade. Ich wollte natürlich nicht meine Caller ersetzen, sondern nur tauschen. Sprich, die hätten eigentlich nicht ins Zelt, sondern in den Rucksack wandern sollen. So, wir brauchen hier für Reh und für Rentier natürlich wieder unsere Caller. Da war ich wohl noch hier zu nah am Inventar. Also, zu nah am Zelt. So, Ausrüstung, Caller. Ja, das hier will ich noch haben. Und das hier will ich noch haben. Das soll alles mitkommen. So. Jetzt noch mal gucken. Jetzt kann ich die hier wieder ersetzen. Genau. Die anderen wandern runter. So haben wir das mit. Aber... Wir sind erst mal auf die anderen Tiere wieder eingestellt. Wie gesagt, Eurasischer Luchs hat man auch nicht ganz so oft. Wenn, dann kann man das ja schnell wieder so umswitchen. Alles kein Problem. Was wir hier aber auch umswitchen, ist die Aufnahme auf Nicht-Aufnahme. Wir haben schon wieder die 15 Minuten überschritten. Und ja, viel länger... Wissen wir ja von früher auch noch... Braucht man in der Regel die Videos nicht zu machen. Ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Daumen und Kommentar nicht vergessen. Und ja, macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.